Hi, ich bin Andreas Hanschke, BFF Junior aus der Region Bayern. Lebensmittel sind essentiell für jeden Menschen und das Auge ist ja bekanntlich mit. Ich bin Food-Fotograf, um anderen Menschen Freude an diesem Produkt zu bereiten, dass sie Lust auf Essen haben, dass sie Lust auf Kochen haben und am besten auch noch eine gute Zeit dabei. Essen ist nicht einfach nur Nahrungsaufnahme, es ist immer gleichbedeutend mit Genuss, mit Gesellschaft, Austausch, es weckt Assoziationen. Es funktioniert fast wie eine eigene Sprache. Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Authentizität spielen heutzutage eine große Rolle in der Food-Brasche. Auch ich selber koche und backe nach diesen Prinzipien und möchte, dass sich das in meinen Bildern widerspielt. Ich finde es spannend, wie man durch gezielte Lichtsetzung und Inszenierung Produkte anders darstellen kann. So kann man zum Beispiel aus einem einfachen Brot etwas ganz Besonderes machen. Neben der Food-Fotografie im Studio interessieren mich aber auch die Menschen hinter den Gerichten. Ich bin unglaublich neugierig, gehe gerne raus, auch aus meiner eigenen Komfortzone. Es ist immer schön mit anderen Leuten Ideen zusammen zu erarbeiten und Herausforderungen anzunehmen und manchmal auch Sachen ganz anders zu machen, als man sie ursprünglich gedacht hatte. Und am wichtigsten ist mir natürlich, dass die Lebensmittel nach dem Shooting noch genießbar sind. Vielen Dank! död US! Untertitelung des ZDF, 2020